Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema Herr, rette mich. Nein, aber doch nicht so. Sind Sie wütend, wenn Gott Sie dazu herausfordert, sich zu verbessern? Auch wenn Gottes Plan eigentlich der beste für Sie ist, müssen Sie Ihr Herz erst für ihn öffnen. Das kann schwer sein, weil Sie vielleicht verletzt wurden. Aber Gott möchte Ihnen helfen, auch in einer kaputten Welt voller Mobbing und Ausgrenzung, seine Freiheit zu erfahren. Er möchte Sie von aller Sünde retten. Geht das? Entdecken Sie Hour of Power mit Bobby Schuller, der Gottesdienst, der ermutigt, verbindet und berührt.